Hallo und herzlich willkommen zu Videospaß mit Morgi und einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier mitten in der Nacht und spielen gerade Siris Geschichte, den Wolfskönig, nach. Denn Geralt befindet sich gerade beim Roten Baron und er erzählt diese Geschichte und die spielen wir nach, was ich extrem genial finde. Also das Spiel überrascht einen immer wieder. Und ja, wir haben hier die schöne, inzwischen erwachsene Cyrillia und haben Gretka, ein kleines Mädchen gefunden. Und das ist echt eine herzzerreißende Geschichte, deren Eltern sie, weil sie ihre Kinder nicht mehr ernähren können, auf den süßen Pfad geschickt haben. Also auf deutsch gesagt, ihren Wald geschickt haben zum Sterben. Also fürchterlich und wir versuchen jetzt zu helfen, was wir auch tun werden. So Gretka, was gibt es zu erzählen? Die kleine ist wirklich süß und richtig witzig. Jetzt brauche ich Hundspetersilie. Und hier überall kann man die Wölfe heulen. So, jetzt gehen wir an den ganz schnell ran. Schnell weg hier. Jawohl. Sehr schön. Also diese schnelle Bewegung, das ist der absolute Wahnsinn bei der. Ach. War nicht gut. Jetzt ist ein schwerer Schlag, komm. Sehr schön. Gut gekämpft. Cyrillian. Sie sind weg. Sie kannst rauskommen. Sie hast du aber zugerichtet. Aber wird der Wolfskönig süßend sein. Die ist echt brutal schlau, die kleine Gretka. Die ist sehr... Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder, manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Weges gibt es genug zu essen. Alter Schwede. Da fällt einem nichts mehr dazu ein, oder? Das muss so... Das Land ist so zerstört vom Krieg, dass die zu sterben gehen. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Äußerst potent, wie ich mir vorstellen kann. Warte gerade, ne? Ich glaube, wir nehmen am besten noch so ein paar... Ich muss aufpassen, dass uns der Wolfskönig nicht auflauert. Wir nehmen aber trotzdem noch so ein paar... von den... Kräutern mit, dass wir vielleicht noch mal eins machen können. Eins dieser Öle. Hier lang! Durch die Höhle! Ja! Geh voran! Was ist da? Ich will aber da schauen. Das sind bestimmt noch ein Haftes Zeug. Jawohl. Ja, also das ist gerade echt, also... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Klar. Die ganzen Leute, die in den Wald geschickte Süßigkeiten hinterher geschickt werden, die... kommen alle nicht mehr zurück. Sagt die Gretka, ne? Weil... Es gibt ja genügend Süßigkeiten am Ende. Total. Und ich kann mir vorstellen, dass früher im Mittelalter oder sogar vor 100 Jahren oder sowas teilweise noch passiert ist. Aha. Das ist die Höhle. Gretka, geh da nicht allein rein. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann hab ich auch keine. Die sind zwei ein super Team. Oh. Ha. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Versteck dich. Oha. Wie sie da oben Grimassen macht. Komm her. Tja. So schnell bist du nicht, ne? Ah. Und da haben wir ihn schon. Aber das Öl scheint wirklich sehr potent zu sein. Dem hast du's aber gegeben. Sowas hab ich noch nie gesehen. Gretka. Du kannst rauskommen. Na komm. Du kannst rauskommen. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber jahren. Die kleine. Die kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Brandwein? Leider habe ich ein, zwei Hieber abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann. Der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Oha. Dann bin ich mir mal gespannt. Super, wie diese Geschichte als spielbarer Teil gemacht wurde. Ich bin echt begeistert. Super. Wenn ich nicht morgen früh raus müsste zur Arbeit, dann würde ich jetzt einfach mal die Nacht durchspielen, weil das Spiel einfach genial ist. Es hat sich gelohnt, sich das aufzuheben für dieses Let's Play. Blind zu spielen. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Okay, ist doch nicht mehr so sympathisch, ne? Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Boah, der hat was vor. Die Siri ist nämlich sehr attraktiv. Das kann doch nur eins bedeuten. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Wo ist Gretka? Das kleine Mädchen, das mit Siri her kann. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohl auf. Sie hilft in der Küche. Ah, wunderbar. Siri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Siri? Habe ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Ja, er will jetzt garantiert, dass wir seine Tochter finden zum Austausch. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lasse dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Zwei hilflose Hänger. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Tatsächlich, ich hatte recht. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss erst mal wissen, wie sie aussehen. Tamara, meine Tochter, ist im Frühling 19 geworden. Schlankes Mädchen reicht mir bis an die Schultern. Schöne Augen, grün wie die ihrer Mutter. Meine Frau Anna hat 40 Winter gesehen, was sie nie zugeben würde. Dunkles Haar, dick wie der. Sie trägt es als Knoten. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Ja. Außerdem, wählen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt. Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sähe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Okay. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens tauge nicht so und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, lege schon lange im Staub. Ja, mal den Geralt abgesehen. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass seine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Wählen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Also entweder ist er wirklich besorgt und weiß nicht, was abgeht oder es ist alles Fassade. Er ist gar nicht so sympathisch und die Frauen sind geflohen, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Ein krasses Jagdmesser. Wenn du Öle auf dein Schwert aufträgst, wird dadurch der bei einem bestimmten Gegnertyp verursachte Schaden erhöht. Okay. Der geht jetzt da raus. Können wir hier was absahnen. Mit V verfolgen. Machen wir. Okay, hier kann man tatsächlich nichts mitnehmen. Schade. Ich wollte mich eigentlich nochmal umschauen, weil der hat hier tolle Bilder. Das ist echt krass gemacht, das Spiel. Unglaublich. Was war da hinten? In der Hafenstadt. Nilfgaardische Forderung. Philipp Strenger. Deine Nachschubprobleme scheren uns nicht. Der Pakt zwischen uns ist eindeutig. Das Kaiserreich Nilfgaard besteht darauf, dass du ihn einhältst. Tust du das nicht, sind unsere gegenseitigen Verpflichtungen null und nichtig und deine Privilegien werden widerrufen. Meinen Gruß. Havard war Mohon. Möhön. Feldmarschall, Befehlshaber der Zentralarmee. Okay, er hat also Druck. Der gute. Rote Baron, der Herr Strenger. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das ist komisch. Das ist ein Schwein, das ihr was antut. Ich ziehe ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Der scheint wirklich ein richtig guter Familienvater zu sein. Ich raff das gerade nicht. Da müssen wir auf jeden Fall dahinter steigen. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Aha. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Pferdehaut hat die in ihrem... Die haben ja eine ganz schön große Kammer hier. Da kann man nicht klagen. Was ist mit dem Fenster? Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Ah, ein Wandteppich, oder? Das Bild, die Größe stimmt. Die Wand sieht anders aus. Aber welches Bild? Hier hing etwas. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. Oha. Wir nehmen alles mit. Das ist unsere Bezahlung. Für den Fall, dass was schief geht. Wir haben nämlich gelernt, dass wir überleben müssen. Das ist es nicht, die feine englische Art. Aber die können es verkraften. Die Bauern, denen geht es richtig schlecht. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es? Ja, der scheint sie wirklich zu lieben. Also das ist ganz, ganz seltsam. Was ist denn das für ein Bild? Ach, das ist die Frau. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Komme ich da jetzt hin? Das ist krass. Da wird was vertuscht? Aber von wem? Machen wir den mal aus. Was haben wir denn? Ach, da hinten ist noch was. Also ich hätte im echten Leben auch gern so Hexersinne, wenn ich meinen Schlüssel suche zum Beispiel. Da war doch jetzt gerade was. Hier. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Ja, da gab es wirklich einen Kampf. Und der Kronleuchte würde zur Verteidigung gebraucht. Hm. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervé Luce. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Krass. Er ist ein Weinkenner auch noch. Oh, ist das gut gemacht. Nehmen wir alles mit. Rostiger Schlüssel und Weihrauch. Räuchermittel. Und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Ah, das ist so spannend. Anis. Sandelholz. Und noch etwas. Safran. Silberne Pantalons. Wir hatten silberne Hosen an, mein Freund. Aha. Der Geruch ist noch hier. Da hinten gibt's noch was. Rief an Tamara. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von selbst sich selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns. Nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit gegen Perversion und verabschirungswürdige Praktiken aller Art. Das ist seltsam. Was ist denn hier? Aha. Gibt's hier was unter dem Tisch? Hier endet doch die Spur. Naja. Wo die Spur hinführt und was es mit dem Weihrauch auf sich hat und was für ein Rätsel diese Familie. Also ich bin mir nicht sicher, was hier abgelaufen ist bis jetzt. Aha. Puppe und Naschwerk. Aha. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem wehzutun. Aha. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem wehzutun. Das wird echt immer, immer, dubioser hier. Ja. Freunde. Was es mit dieser, mit dieser Voodoo-Puppe auf sich hat. Und, äh, mit dem gesamten Rätsel, was diese Familie umwabert. Das erfahren wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Videospaß mit Morgi. Danke fürs Reinschalten. Ciao.